Wie gehst du damit um, wenn jemand dir sagt, dass du hässlich bist? Das ist eine Frage, die einer unserer Teilnehmer legitimerweise diese Woche hatte. Und ich erzähle dir nachher, was er dann getan hat und wie das Ganze sich in eine sehr, sehr positive Richtung entwickelt hat. Aber zunächst mal wollen wir dir einfach mal sagen, dass diese Angst, die du verspürst, egal ob du gerade jemanden das erste Mal gesehen hast, den du attraktiv findest und du weißt nicht, wie du das Gespräch beginnen sollst, oder du triffst dich schon seit Wochen oder Monaten mit dieser einen Frau, aber du hast keine Ahnung, wie du das Ganze auf das nächste Level anheben sollst. Die Angst, die dich davor zurückhält, ist eine, die wir in unseren 10 Jahren Coaching-Erfahrungen, mittlerweile über 10 Jahren schon, immer wieder sehen, immer wieder dieselbe. Und das ist die Angst vor Ablehnung. Darum wollen wir dir in dieser Folge, in diesem Video, in dieser Podcast-Folge, auch auf all deinen Podcast-Plattformen, wie du sie hören kannst oder sehen kannst, auch den Weg mitgeben, wie du diese Angst mental abstellst und dort einen Stück für Stück Leitfaden erarbeitest, der dir diese Angst nicht mehr in den Weg legt, dass du diese Hürden nicht mehr hast. Mit dabei haben wir natürlich wieder unseren Selbstbewusstseins-Profi Dominik van Aave. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Hi Dominik! Guten Tag, schön wieder da zu sein und schön, dass wir heute über genau dieses Thema sprechen, denn das ist ein Thema von Selbstbewusstsein, das ist ein Thema von Selbstwertgefühl, das Thema Angst vor Ablehnung, das Thema nicht gut genug zu sein und wir werden da wahrscheinlich auf sehr viele, sehr viele tiefe, tiefe, tiefe Trigger bei dir stoßen. Das ist eine sehr wichtige Folge für dich, das heißt, nimm dir Zeit, hör sie dir an und ja, ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Wie sind wir auf das Thema dieser heutigen Folge gekommen, kann ich dir ganz einfach erklären. Wir haben ja mittlerweile schon eine gehörige Zuschauer- und Hörerschaft bei unseren diversen Social-Media-Kanälen. Da kommt natürlich auch einiges an Feedback zurück, jeden Tag. Und nicht nur Positives, sondern natürlich auch Negatives. Jetzt will ich dich aber nicht langweilen mit dem ganzen, oh mir geht es so schlecht, ich bin ein Social-Media-Influencer und so viele Leute lieben mich, aber einer sagt was Negatives, buhu. Damit will ich dich nicht langweilen, darum soll es dir nicht gehen. Wir haben sehr schnell eine Relevanz allerdings, als wir uns gerade vorhin darüber unterhalten haben, Dominik und ich, eine Relevanz für dich herausgezogen, die wir einfach als Parallele wirklich ständig sehen, die wir selber erlebt haben, natürlich auf unserer Reise zu mehr Souveränität, Selbstbewusstsein, gerade bei Frauen, als auch bei unseren Teilnehmern, wie ich es dir gerade auch im Intro gesagt habe, wie das beim Christoph der Fall war, der diese konkrete Frage diese Woche hatte. Und das ist einfach einer dieser Punkte, wo du dein ganzes Leben lang mit konfrontiert sein wirst. Ablehnung. Ja, die Angst vor zukünftiger Ablehnung resultiert meistens daraus, dass wir eine Erfahrungskette an Ablehnungen in unserem Kopf größer machen, als die Erfahrungskette an erfolgreichen Situationen. Das kommt natürlich auch daher, dass wir die meisten Dinge, weil wir alle kleine Perfektionisten sind, eine mehr oder andere weniger, die ganzen Erfolge gar nicht als Erfolge wahrnehmen und die großen Niederlagen als diese großen, großen Niederlagen wahrnehmen. Ich habe zum Beispiel heute mich in den Kommentaren ebenfalls mit einem der Herren unterhalten und er hat gesagt, ja, meine Ex-Frau hat mich betrogen und hat mich jahrelang belobt. Und das war ein guter Freund und keiner von denen hat mir je was gesagt und dann haben wir uns getrennt. Du siehst also, wortlaut, ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die Worte sind die Deckmantel unserer Gedanken, wie Dominik immer sagt. Was du sagst, wird zur Realität. Von wem war das Zitat, über das wir auch gesprochen haben, Dominik? Von Benjamin Franklin, ob du versagst oder gewinnst. Henry Ford, ja. Henry Ford. Und ob du denkst, du kannst oder denkst, du kannst nicht, du wirst recht behalten. Genau. Unsere Worte sind so kraftvoll, weil sie unser Selbstbewusstsein direkt beeinflussen. Wir erschaffen unsere Realität mit unseren Gedanken. Esoteriker da draußen glauben da in einem viel höheren Maß, als jetzt die sogenannten Realisten. Aber ich denke, wir sollten alle irgendwann die kleinen Hinweise dafür sehen, dass wenn du dir selber Schlechtes einredest, dass du dann auch eher dazu geneigt bist, dass dir Schlechtes widerfährt. Und wenn du dir positive Sachen einredest, dann sind die Chancen einfach höher, dass dir auch Positives widerfährt. Ja, Spiegelneuronen ist ganz normal. Das ist ja noch ein erforschter wissenschaftlicher Begriff. Spiegelneuronen ist, wenn du vor einem Menschen stehst und deine Emotionen etwas abgeben, was der andere sehen kann, dann wird dieser andere das ebenfalls spüren. Und das hat natürlich einen direkten Einfluss auf eure Kommunikation und auch auf die Resultate dieser Kommunikation. Und wir nennen natürlich auch immer in dem Kontext immer wieder das Gesetz der Gefühlsübertragung, welches besagt, dass in einer sozialen Situation, wenn zwei Menschen ein Gefühl spüren, derjenige, der das Gefühl stärker verspürt, dieses Gefühl immer zwangsweise auch auf den anderen übertragen wird. Ja, und wenn du glaubst, dass alles schief gehen wird und dass du nur schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann wird dein Gegenüber genau das, diese Energie von dir wahrnehmen und wird sagen, oh je, mit dem will ich lieber keine Beziehung beginnen, denn die wird dann schlecht werden. Weil er zeigt es mir ja schon, dass eine Beziehung mit ihm definitiv zugrunde gehen wird. Dann will ich das nicht. Dann will ich das nicht mal beginnen. Ich will nicht mal die Möglichkeit der Tür eröffnen, dass wir überhaupt uns in diese Reise begeben werden. Ich lehne ihn von Anfang an ab. Und das ist der Grund, warum Menschen, die ein großes Lächeln im Gesicht haben, die gerade stehen, selbstbewusst rüberkommen, auch grundsätzlich mehr Erfolg im Leben haben. Weil das überträgt sich auf dein Gegenüber. Da haben wir das Gefühl, der ist kompetent, der weiß, was er tut. Dem vertraue ich eher als demjenigen, der unsicher erscheint. Und da ist die Frage, wenn dieser Mann, der geschrieben hat, wie du siehst, hatte ich nur schlechte Erfahrungen, schaute wirklich realistisch auf den ganzen Erfahrungs-, auf das gesamte Erfahrungsspektrum, das er mit Frauen oder selbst mit dieser einen Frau hatte, war wirklich jede einzelne Erfahrung, die er hatte, jeder Moment, jeder kleine Augenblick, den er jemals in der Liebe hatte, eine schlechte Erfahrung, völlig unmöglich, unmöglich. Ich habe ihn das auch gefragt. Also ist ja klar, dass da die Antwort kommt, na gut, okay, natürlich nicht nur negative Erfahrungen. Ja, aber wenn es so natürlich ist, warum sagen wir das dann so schnell, dass ich nur negative Erfahrungen gemacht habe? Ist halt dann auch eine Rolle, die wir spielen wollen, um noch ein weiteres Zitat zu bringen. Verallgemeinerungen sind generell scheiße. Also, falls du es nicht gecheckt hast, du Zuhörer, Verallgemeinerung und generell ist eine Verallgemeinerung. Ich habe es gerade selber auch nicht gecheckt. Du hast es irgendwie so schnell gesagt und ich so, ja, okay. Also Verallgemeinerungen sind im Allgemeinen nicht so gut oder eigentlich eher dann schlecht, um dann noch eine Verallgemeinerung reinzubringen. Oder auch mein Lieblingsproblemchen mit genau dieser Logik ist, nur reden in Absoluten aus Star Wars. Du hast also so, ha, okay, derjenige, der das gesagt hat, nochmal genauer drauf schauen, was der im Senat so treibt. Ja, genau. Ja, also das ist halt so die Sache. Wir switchen in diese Verallgemeinerung rein, um es uns leichter zu machen. Also die Tilgung generell ist ein Teil des Storytellings, also Sachen herauszulassen aus der Story, um eine Message, eine Nachricht, den Kern der Geschichte zu transportieren. Also dieserjenige wollte dann natürlich sagen so, ach, mir geht es so schlecht, weil ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und das ist dann entsprechend die Rolle, die er spielt, die Identität, die er hat. So, ich bin derjenige, der schlechte Erfahrungen macht. Aber, also, wenn wir schon halt damit anfangen, ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht, mir geht es immer schlecht. Oder auch, wenn du Streit mit jemandem hast und dann diesemjenigen sagst, immer machst du das, aber nie machst du das andere. Dann ist das halt einfach nicht wahr. Und das lädt halt dann dazu ein, zu noch mehr Konflikt, zu noch mehr Streit, weil wir in Absoluten sprechen. Und das Leben ist halt nicht schwarz-weiß. Das Leben ist eine ganze Menge Graubereich. Und Extreme, wenn wir uns in diesen Extremen aufhalten, dann können wir halt ganz schnell, zum Beispiel jetzt dieserjenige, der nur schlechte Erfahrungen gemacht hat, er kann dann ganz schnell die Rolle spielen von demjenigen, dem es so schlecht geht, von dem Opfer. Und dann auch entsprechend weiter die Rolle spielen von jemandem, der da ist, um ihm zu helfen. Und dann zu sagen, mir kann man nicht helfen, du kannst mir nicht helfen. Denn ich bin derjenige, der nur schlechte Erfahrungen gemacht hat und ich bin gerade hier, um mich auszujammern. Das ist dann nicht derjenige, der eine Lösung sucht, das ist derjenige, der jammern möchte. Das ist okay, also ich sage das so krass, manchmal zu jammern ist vollkommen okay. Wir sind Menschen, wir haben unsere Aufs und Abs und das ist alles okay. Wenn wir aber nur mit dem Ziel rausgehen zu jammern, dann kann uns halt auch nicht geholfen werden. Dann kommen wir halt da nicht raus und dann wird uns immer wieder das Gleiche passieren. Aber mal kurz zu sagen, ich habe irgendwie nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann werden wir die Frage bekommen, wirklich nur? Nee, nicht nur. Das war schon schön zu Beginn, da waren wir sehr ineinander verliebt. Und dann ist es irgendwie auseinander gedriftet. Und ich bin gerade eigentlich hier, um von dir den Tipp zu bekommen oder herauszufinden, warum wir uns auseinander geliebt haben. Dann bin ich offen dafür, aber wenn ich halt die Rolle spiele von nur schlechte Erfahrungen und alles ist schlecht, dann kann mir auch nicht geholfen werden. Korrekt, ja. Das ist wirklich die selbsterfüllende Prophezeiung. Es wird genau so eintreten, wie du es in der Vergangenheit gesehen hast. So wird auch die Zukunft sein, 100 Prozent. Also tatsächlich ist die Angst, die du vor der Ablehnung verspürst, ein legitimes Produkt aus deiner Erfahrung, in den meisten Fällen, aber nicht gleichzeitig ein Indikator für die Zukunft. Überhaupt nicht. Und da kannst du jetzt dir selber die Ausrede zurechtlegen, ja, aber aus den Erfahrungen sollten wir doch für die Zukunft lernen. Und wenn ich jetzt zehnmal mit einer Frau geredet habe, ich habe ja vor ein paar Wochen, gab es ja die Podcast-Folge, in der ich eine Nachricht, die jemand mir per Instagram geschickt hat, über die ich sehr emotional wurde, wo jemand gesagt hat, ich habe jetzt drei-, zweimal in meinem Leben oder was auch immer, bin ich auf eine Frau zugegangen, habe ihr ein Kompliment gegeben und dann hat sie sich gefreut und mir geflirtet, aber dann hatte sie einen Freund und dann sagte er, ich werde das nie wieder tun, meine Erfahrung ist immer das Gleiche. Das ist ein so multifacettenreiches Ereignis, wenn du auf jemanden zugehst, zu sagen, dass es in der Vergangenheit immer schiefgegangen ist und deswegen auch in der Zukunft schiefgehen wird, ist dasselbe zu tun, wie alle anderen Facetten dieser Situation zu ignorieren, und nur, nur auf eines zu schauen und da sucht ihr irgendeines aus. Sucht ihr aus, ich habe es auf eine ängstliche Weise getan, ich war nicht selbstbewusst, ich war nicht unabhängig, ich habe mir nicht die Zähne geputzt, ich habe jemanden angesprochen, der gerade wirklich in Eile war, ich hatte einfach jemanden erwischt, der tatsächlich vergeben ist, da können, such dir irgendeine Begründung aus. Und alle anderen Facetten, die dazugehört haben, die selektiv ignorierst du die und sagst, naja, klar hätte ich das auch selbstbewusster machen können. Klar hätte ich auch vorher, bevor ich irgendwie was von ihr möchte, vorher einfach mal quatschen und flirten können. Klar könnte ich selber auch besser werden im Umgang mit anderen Menschen, gerade im Umgang mit Frauen, sodass ich dann in so einer Situation nicht mich so fertig machen lasse, nach drei negativen Situationen oder zehn. Sondern ich das Ganze als ganz normal, ganz normale Gespräche erachte, die nicht weiter wild sind. Da gibt es unendliche Faktoren, bei denen du tatsächlich einfach einen Fehler gemacht hast, welche dazu geführt haben, dass es nicht in Anführungsstrichen geklappt hat. Aber da sind genauso viele unzählige Faktoren dabei, die nichts mit dir zu tun haben, wo du keinen Fehler gemacht hast, die genauso dazu geführt haben. Zu sagen, es liegt an einer Sache, ist einfach komplett schwachsinnig. Und das Einzige, was wir tun können, ist, wenn du ein glückliches Leben haben möchtest, und ich denke, das möchtest du, ansonsten würdest du nicht den Podcast hören, ist zu lernen und es neu zu versuchen. Und dann aus den Begebenheiten wieder zu reflektieren und zu lernen und dann positiv, positiv in die Zukunft zu starten. Das ist das Einzige, was wir tun können. Völlig egal, wie lange es dauert. Es kann zehn Wochen dauern, wie bei uns in der Flirtmasterclass. Es kann aber auch einige Monate dauern. Es kann auch ein paar Jahre dauern. Aber was ist die Alternative? Aufgeben? Für mich nicht. Für mich war das nie die Alternative. Und ich hoffe, für dich auch nicht. Wir sollten natürlich allerdings auch über einige dieser psychologischen Phänomene sprechen, die, wenn dir sie bewusst sind, ich denke, es dir viel leichter machen werden, mit dieser Angst umzugehen und auch tatsächlich dann weniger Ablehnung zu erfahren. Das eine ist ganz klassisch, hast du bestimmt schon mal gehört, das psychologische Phänomen der Projektion. Was passiert da? Jemand gibt dir ein negatives Feedback. Nicht einfach nur, sorry, ich habe einen Freund, was ja nicht negativ ist, sondern tatsächlich, du bist hässlich. Wie das der Teilnehmer erfahren hat und diese Woche uns die Fragen gestellt hat. Projektion bedeutet, dass dieser Mensch seine eigenen Ängste auf seine Umgebung richtet. Dieser Mensch hat selber Angst, hässlich zu sein und richtet es auf seine Umgebung. Das ist Projektion. Ja, bestimmt schon mal gehört. Und ich denke da immer an eine lustige Geschichte von einem fiktiven Menschen, nennen wir ihn den Bayernhasser. Stell dir das mal so vor. Da ist jemand, der läuft die ganze Zeit in der Stadt rum und der ist, sagen wir mal, in Bremen. Und er bezeichnet alle als Bayern. Und er sagt so, ihr Bayern, ihr seid verdammt Bayern, ihr seid alle so schlimm, ihr seid alles Bonzen und schreit rum und beleidigt alle als Bayern. Und du bist ebenfalls unter den Menschen, nur du bist kein Bayer. Du bist in Bremen aufgewachsen, ein ganzes Leben lang, du bist aus dem Norden. Und dann irgendwann schaut er dich an und sagt, du, du bist doch auch einer von diesen Bayern. Und er fängt dann nicht zu beleidigen. Mit deinen Lederhosen und mit dem ganzen Bier und sowieso habt ihr gar keine Ahnung von nichts und euch geht es viel zu gut deinen Sünden. Und er beleidigt dich und beleidigt dich. Du bist einer der schlimmsten Bayern. Dieses ganze Bayern-Tum, was du ausstrahlst, finde ich zum Kotzen. Ich sehe es doch an deiner Ausstrahlung. Boah, ekelhaft. Und er sagt das die ganze Zeit. Was wären deine Gedanken? Worüber würdest du die ganze Zeit denken? Ich bin kein Bayer. Und zwar in einer ziemlich entspannten Art. Würdest du denken, das ist alles irrelevant. Mit wem redet er da? Mit mir nicht. Und es wäre dir egal, obwohl er konkret dich anspricht und all diese Sachen dir an den Kopf wirft. Und du weißt allerdings, du weißt, dass es nichts mit dir zu tun hat. Jetzt nehmen wir mal an, dass du dieses selbe Selbstbewusstsein, nichts anderes ist es, du bist dir selber bewusst, dass du kein Bayer bist. Wir nehmen das selbe Selbstbewusstsein für, du bist dir selber bewusst, dass du nicht hässlich bist. oder dass du kein Creep bist oder kein Macho oder was auch immer. Und jemand knallt dir das in den Kopf. Du kannst dasselbe Selbstbewusstsein anwenden und sagen, ja, okay, aber das bin ich nicht. Das ist doch nicht relevant für mich. Ich nehme da auch gerne das Beispiel vom Buddha, dass du vielleicht auch schon mal im Internet heutzutage gibt es ja ganz viele Motivational Quotes, die du so liest oder hörst. Nehme ich auch sehr gerne das Beispiel vom Buddha an die Hand. Die Geschichte geht so, der Buddha ist durch einen Pfad gelaufen in der Natur entlang und entlang des Weges kam ihm jemand entgegen, der ihn die ganze Zeit beleidigt hat, der ihn immer weiter beleidigt hat. Und der ist stehen geblieben, hat sich das angehört, hat sich das angehört, hat sich das angehört. Und er wurde immer weiter beleidigt, immer weiter beleidigt. Und irgendwann war derjenige fertig mit dem Beleidigen. Und dann hat der Buddha ihm eine Frage gestellt und gesagt, wenn ich dir etwas schenken möchte und du willst das nicht annehmen, wem gehört das dann? Und der Mann hat natürlich gesagt, ja, mir nicht, ich will es nicht haben. Genauso ist es mit deinen Worten, die du mir die ganze Zeit geben möchtest. Ich möchte sie nicht annehmen. Wem gehören sie dann? Nach wie vor dir. Und das ist Projektion. Wenn du das Projizierte auf dich einfach nicht annimmst und sagst, das ist sein Paket, das er tragen muss oder sie tragen muss. Hat mit mir nichts zu tun. Jetzt ist das natürlich ein cleverer, schöner Internetspruch, den du hier gehört hast. Und die Frage ist, wie bringe ich das wirklich in meine tägliche Praxis? Ja, dass mich das dann nicht tangiert. Ich weiß das ja eigentlich, aber fühlt sich ja dann doch irgendwie nicht so schön an. Ja, und hier kommen wir wirklich zu den Gewohnheiten, dich a, an diese Realität immer wieder zu erinnern. Ja, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Eine davon nutzt, habe ich jetzt auch schon öfters gesagt, nutzt sehr viele unserer Kunden. Gerade jetzt vor kurzem hat uns einer unserer wieder dazugekommenen Kunden, weil er vor anderthalb Jahren bei uns war, komplett bei null angefangen hat, gar keine Ahnung gehabt hat, wie er mit Frauen reden soll, keine Dates, überhaupt keine sexuelle Erfahrung, kam zu uns und wollte das erleben. Zehn Wochen bei uns im Coaching gewesen, mehrere Dates gehabt, sehr viel Erfahrung mit Frauen gemacht, hat sein erstes Mal erlebt und hat danach gesagt, okay, ich will wieder zu euch kommen, ich möchte gerne noch mehr von euch lernen, aber ich muss erst mal Erfahrungen sammeln und das hat er gemacht und dann war er anderthalb Jahre lang auf sich gestellt und hat Erfahrungen gesammelt, Dates gehabt und so weiter, kleine Beziehungen gehabt, um das Ganze zu lernen und dann kam er wieder und ich habe das total toll gefunden, weil ich habe den Post, das hast du vielleicht gesehen, Dominik, der hat mich angepinnt, er hat nämlich seine vier Erfolgstagebücher gepostet, er hat gesagt, seit ich das Coaching begonnen habe vor anderthalb Jahren, führe ich jeden Tag oder ich einen Eintrag in mein Erfolgstagebuch, ich hatte diese vier Folgepunkten Bücher gezeigt, das ist eine dieser tollen Gewohnheiten, weißt du, dieser Mann hat Erfolge und die fußen auch auf den richtigen Gewohnheiten, davon sprechen wir immer wieder, die richtigen Gewohnheiten machen den Mann, alle Gewohnheiten machen den Mann, machen den Mann, aber die richtigen Gewohnheiten machen dich zu dem Mann, der du sein willst und das ist eine dieser Gewohnheiten, jeden Tag das selektiv aufzuschreiben, was dir Gutes wieder erfahren ist, welche Erfolge du hattest oder wie dir jemand etwas Schönes gesagt hat, ein Kompliment gegeben hat, aufschreiben, aufschreiben, jeden Tag ein paar Stichpunkte, was machst du über Monate hinweg und du wirst anfangen, das Feedback deiner Umgebung anders wahrzunehmen, du wirst dann nicht nur alles als negative Erfahrungen sehen, sondern im Gegenteil, du wirst anfangen, diese Pro-Neue zu entwickeln, von der du ja immer so gerne redest, Dominik, diese nicht Paranoia, also dass alle sich gegen dich verschworen haben, sondern Pro-Neue, dass alle sich für dich verschworen haben. Das ist eine dieser sehr wichtigen Gewohnheiten im Erfolgstagebuch. Meine Freundin auch vor kurzem hat ebenfalls wiedererkannt, weil sie hat sehr lange dieses Erfolgstagebuch geführt und habe ich vor kurzem erfahren, dass sie das nicht mehr gemacht hat und dann hat sie dasselbe erkannt und gesagt, Mann, ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt die letzten Tage so gezweifelt habe, aber ich glaube, ich muss wieder anfangen mit dem Erfolgstagebuch. Ja, wenn es dir hilft, wenn es richtig ist, mach das. Das ist auch einfach so wichtig, also ich kann dich jetzt schon hören als Zuhörer, Zuschauer und sagen, ja, mir passieren halt keine guten Sachen, da brauche ich gar nicht anfangen damit. Fang mal an, fang mal an. Das Ding ist halt, du denkst halt schon gerade zu groß, dass du direkt irgendwie zum Weltpräsident ernannt werden musst, wenn du das anfängst. Aber das fängt schon bei kleinen Dingen an. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und eigentlich gar nicht aufstehen möchtest, du sagst so, ich habe keine Lust irgendwie aufzustehen, ich habe keine Lust zur Arbeit zu gehen, was auch immer, aber du stehst auf, dann kannst du dir abends in dein Erfolgstagebuch schreiben, ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden, indem ich das gemacht habe. oder einfach so, du willst Gewicht verlieren und willst eine gesündere, gesündere Essgewohnheiten entwickeln. Und dann sagst du, ich bin nicht zum McDonalds gegangen, sondern ich habe mir einen Salat bestellt. Hammer! Das sind so kleine Dinge, einfach die, wo du sagst, wo du zeigen kannst, dass du stärker bist als deine alten Gewohnheiten, als dein altes Selbst. und du wirst überrascht sein, wie schnell du einfach auf, da einfach ganz andere, größere, in Anführungszeichen, größere Dinge aufschreibst in dein Erfolgstagebuch. Wie du aufschreibst, so die, die hübsche Frau, die mir entgegengekommen ist, hat Augenkontakt zu mir aufgebaut. Eine Woche später schreibst du auf, mir ist eine hübsche Frau entgegengekommen und ich habe sie angelächelt. Eine Woche später schreibst du auf, ich habe Hallo gesagt. Und einige kurze Zeit später wirst du schreiben, so ich habe, mein erstes Date oder so. Das sind, das ist, das ist so mächtig, Erfolgstagebuch, weil das Ding ist halt, evolutionär macht es, hat es für unser Gehirn, für unsere Vorfahren Sinn gemacht, überall die Gefahr zu sehen. Wenn der Busch vor der Höhle geraschelt hat, aber da waren Beeren dran, dann war, dann sind halt die Menschen, die Vorfahren gestorben, die gedacht haben so, ja, was soll der rascheln? Das sind halt raschelnde Beeren, esse ich halt so. Die sind halt gestorben, weil die vom Säbelzahntiger gefresst wurden. Diejenigen, die halt gesagt haben, so umraschelnder Busch, könnte Gefahr sein, lass mal lieber nicht dahin gehen. Die haben natürlich überlebt und haben ihre Gene weitergegeben. Deswegen denken wir halt so viel negativer. Wenn du, wenn du ein Bild hast mit, mit 100 Gesichtern und alle lächeln, bis auf eine, dein Gehirn geht sofort, deine Augen gehen sofort auf denjenigen, der böse guckt. So stark ist, ist unser Gehirn verdrahtet auf Negativität. Deswegen sind Nachrichten so, so, so zerreißerisch. So, deswegen funktioniert Negativität in Titeln, in YouTube-Titeln auch. Auch in diesem Titel haben wir wahrscheinlich irgendeine Negativität drin, weil dein Gehirn darauf geprimed ist, das heißt, dein Gehirn funktioniert darauf, Negativität zu sehen. Schmerz vermeiden ist ein stärkerer Motivationstreiber als Lustgewinn. Und unsere Aufgabe, das sage ich auch den Teilnehmern im Coaching immer, unsere Aufgabe ist, wir haben keine Gefahr mehr da draußen, wir sind super bequem. Der raschelnde Busch da draußen kann sein, dass tatsächlich jetzt jemand einen raschelnden Busch erfunden hat. so cool. Gefahr ist nicht mehr so so eminent wie vor 250.000 Jahren. Das heißt, unsere Aufgabe ist es jetzt als Menschen, als unsere Generation, als du, der das hört, deine Aufgabe ist es jetzt, positiv zu denken und positive Generationen hervorzubringen, die das Positive sehen, damit wir all diese Negativität aus unserem Gehirn verbannen. Das ist nicht etwas, was dich nach vorne bringt. Das ist eher etwas, was noch mehr die Angst füttert, mehr zu Einsamkeit, mehr zu Ich-gegen-dich-denken führt, also sie gegen mich, diese Gruppe gegen die andere Gruppe und in der gesamten Weltgeschichte hat das nie zu etwas Gutem geführt. Das spürst du einfach auch im kleineren Rahmen bei dir selber, wenn du siehst, irgendwie zum Beispiel dieserjenige, dieser Typ hat mich als hässlich beschimpft. So, dann ist das eher gegen mich. Aber, und da gehen wir auch gleich wieder auf die Projektion ein, jemand, der glücklich ist mit seinem Leben, der geht nicht rum und beschimpft andere Leute. Das heißt, dieser jemand muss von irgendeiner Form von Angst geprägt sein. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Das ist ein weiteres Zitat, wir schmeißen seit letzter Folge sehr viel mit Zitaten um uns herum. Aber da ist einfach sehr viel Weisheit drin. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Bedeutet, wenn ich meine Verletzung, mich mit meiner Verletzung identifiziere, zum Beispiel, wenn ich jemand anderes als hässlich beschimpfe, dann sage ich für mich selber so, ich wurde das auch genannt und ich tue jetzt alles dafür, dass ich nicht wieder nicht mehr so genannt werde. Das heißt aber nicht, dass ich die Person werde, die mit sich im Reinen ist, wie sie aussieht und darauf aufbauen kann. Andi und ich haben das auch öfter gehört. Hässlich. Und genauso hören wir das genaue Gegenteil. Wer hat Recht? Who cares? Derjenige hat Recht, der sich jeden Tag in den Spiegel schaut. Wenn du dir in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, I'm the greatest motherfucker of all. Ich fühle mich fantastisch in meiner Haut. Ich bin ich. Dann ist das die Stimme, auf die du achten darfst. Die positive Stimme. Und gerne auch die Leute, die dir Komplimente geben. Aber die Leute, die herumgehen und mit dem Finger auf dich zeigen und die dich verurteilen, das sind Leute, die selber nicht sehr glücklich sind und dann entsprechend ihre Unglücklichkeit auf dich projizieren. Damit der Schmerz für sie gerade nicht mehr so stark ist. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber jetzt habe ich ganz viele Schubladen hier geöffnet. Aber das ist sehr, sehr traurig und eigentlich kannst du diesen Menschen mit Mitgefühl begegnen. Negativität nehmen wir immer öfter und stärker wahr und gerade weil wir Menschen sind und unsere Gehirne noch so verdraht sind, Negativität zu sehen, ist das etwas, was uns ob kurz oder lang triggert. Und wenn jemand zu dir sagt, du bist hässlich oder nehmen wir das Bayern-Hasser-Ding, was du gerade genannt hast, Andi, ich will gerade die Notiz dazu aufmachen. Das ist ein fantastisches Beispiel. Mein erster Gedanke war dazu, weil ich kam von einem Punkt, wo ich extrem zurückhaltend war. Ich war nicht unbedingt schüchtern. Meine Zurückhaltung hat sich eher im Angriff nach vorne geäußert. Ich war dann irgendwie Jahrgangssprecher bei mir in der Schule, obwohl ich das überhaupt nicht wollte und mich überhaupt nicht in der Rolle gefühlt habe und so weiter. Ich habe gedacht, ich wäre einfach ein Impostor, was ist auf Deutsch? Ja, Impostor-Syndrom. Wir müssen nicht alles auf Deutsch übersetzen hier. So, auf jeden Fall, ich komme aus der Ecke auch entsprechend zurückhaltend zu sein und voller Zweifel zu sein. Und als du die Geschichte von diesem Bayern-Hasser erzählt hast, da habe ich mich dann in der Rolle des Bremers gefühlt, der gesagt hat, du Bayer und so weiter. Und mein damaliges Ich hätte gesagt so, okay, ich bin kein Bayer, aber der denkt das und jetzt, was kann ich tun? Es muss ja an mir liegen, dass ich, dass ich das, dass er das von mir denkt. Er muss ja Recht haben. So, das war mein erster Gedanke dabei. So, ich muss ihn überzeugen davon, dass ich kein Bayer bin, sondern ein Bremer. Und das ist, das ist der Punkt, auf den ich auch gerade dann eingehen möchte. wenn dich etwas triggert, emotional und das, was mich dann auch jetzt zum Beispiel mein damaliges Ich getriggert hätte, wenn mich jemand als Bayer beschimpft hätte oder so oder als hässlich und so weiter. Wenn ich das, auch was du gerade gesagt hast, Andi, wenn ich das von mir glaube, wenn ich mich da wiedererkenne, dann triggert mich das. Trigger bedeutet entsprechend, ich habe eine emotionale Reaktion darauf. Und das kann mich aber nur triggern, wenn ich das entweder von mir selber glaube oder das schon überwunden habe, aber noch nicht im Reinen mit mir bin. Das heißt, noch nicht integriert habe. Das heißt, diese alte Identität noch nicht abgelegt habe und noch das Gefühl habe, dass ich andere überzeugen muss, dass ich das nicht mehr bin. Und der Punkt dabei ist aber einfach nur die, du erkennst, es triggert dich nur dann, wenn du dich wiedererkennst. Wenn das etwas ist, was du sowieso in irgendeiner Form von dir glaubst. Und bei manchen, und das ist jetzt auch der größere Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, bei manchen Menschen ist das Selbstwertgefühl so niedrig, dass sie alles auf sich beziehen, weil sie so unsicher sind in ihrem Leben, dass das jedes kleine bisschen an Feedback so tief in sie hineingeht und dann versuchen sie, ihre Ecken noch weiter abzufallen und immer weiter abzufallen und immer mehr in die Gesellschaft hineinzupassen und nicht aufzufallen, weil sie vermeiden wollen, verletzt zu werden oder nochmals zu hören, dass sie nicht gut genug sind. Und das ist so ein Schmerz, das ist so eine Unsicherheit, das ist so eine Angst davor, überhaupt mit Menschen zu interagieren, das, jetzt habe ich ganz viel den Schmerz beschrieben, das, das ist, das ist schrecklich, das ist absolut, absolut schrecklich. Aber die gute Nachricht ist, du hast das für dich selber aufgebaut, das heißt, du kannst das auch wieder abbauen, du kannst das wieder verlernen und wenn Andi und ich das konnten, dann kannst du das auch, wenn unsere Teilnehmer das können, dann kannst du das auch und das ist, es ist eine, es ist kein, kein Hexenwerk, das kann, in zwei Wochen kann dein Leben schon anders aussehen. Wenn du zum Beispiel das Erfolgstagebuch führst, so um wieder den Kreis zu schließen, einfach mal aufschreiben, die kleinsten Wins, die du hast, es ist unmöglich, dass du am Abend vor deinem Tagebuch sitzt und sagst, ich finde keine drei Dinge, die ich aufschreiben kann, das ist unmöglich. Wenn das der Fall ist, dass du denkst, ich kann keine drei Dinge aufschreiben, dann denkst du zu groß und dann willst du zu perfektionistisch sein. Fang an mit den kleinen Dingen, fang an damit, dass du gesagt hast, können sie eine zweite Kasse aufmachen bitte, was du sonst nie gesagt hättest. Fang damit an, dass du sagst, ich bin heute zu Fuß zur Arbeit gelaufen, statt den Bus zu nehmen oder so. So die kleinsten Wins, das was dich den Millimeter mehr zu deinem besseren Selbst bringt, zu der 2.0 Version von dir, wenn du so möchtest. Mit den kleinsten, es ist unmöglich, dass du nicht drei Dinge findest. Es ist eher wahrscheinlicher, dass du zehn aufschreibst. Selbst wenn du den ganzen Tag nur im Bett gelegen bist und gesagt hast, Hilfe, die Welt ist so schrecklich da draus. Du wirst Dinge finden, die du gut gemacht hast. Hundertprozentig. Es ist unmöglich, dass nichts Negatives, dass nichts Positives, unmöglich, dass nichts Positives in deinem Leben, in deinem Tag passiert ist. Unmöglich. Ja, die Menschen denken immer wieder, das Ganze wäre ein Sprint und realisieren nicht, das ist ein Marathon. Ja, die Erwartungshaltung, dass du vom ersten Gesprächsanknüpfungspunkt an alles perfekt machen musst und deswegen gar nicht erst beginnst, ist dieselbe Angst. Du blockierst, weil du Angst hast, dass du irgendwann entlang des Weges mit den ganzen Dingen, die noch passieren können, vom Hallo zu, oh Mann, was ist bei der ersten Gegenfrage? Okay, was kommt dann? Was kommt dann? Was kommt was? Offensichtlich blockieren wir dann, weil du kannst nicht, unmöglich, kannst du die gesamte Kombinatorik der Möglichkeiten in deinem Kopf schon vor dir sehen, okay, bei der Antwort mache ich dann das und dann mache ich dann das, mach dann so eine Mindmap, geht nicht. Ja, das kann vielleicht ChatGPT, aber das kannst du nicht und selbst der macht doch einige Fehler. Ja, also diese Erwartungshaltung, dass das alles vorgeplant, perfekt vorbereitet sein muss, damit du dann weißt, was du tust, ist komplett schwachsinnig. Und auch die Menschlichkeit raus. Ja, genau, was übrigens einer der größten Faktoren dafür ist, dass du überhaupt Sympathie und Einziehung entwickeln kannst, weil du dich getraut hast, und wir können uns nur etwas trauen, wenn etwas nicht angenehm ist, wenn etwas kribbelt. Es ist, du musst etwas wagen, ja, es ist eine Angst da und du überwindest diese Angst, du gehst trotzdem in die Richtung des Angst, der Angst. Du nutzt diesen Kompass als Wegweiser, wie Dominik auch in der letzten Podcast-Folge gesagt hat. Und das beweist ja gerade erst Mut. Und wenn du so psychopathisch bist und einfach mit jedem links und rechts reden kannst und das dir alles nichts bedeutet, kannst du auch keine Anziehung aufbauen. Es ist gerade dann, wenn jemand merkt, oh wow, der hat sich hier, der hat sich hier echt geöffnet. Das, glaub mir, das habe ich schon tausendmal gesehen, das siehst du in den Strahlen der Augen. Das sehen Frauen ganz genauso. Und das sind dann immer genau die Momente, in denen Magie entsteht. In denen die beiden dann Nummern austauschen, sich kennenlernen, auf ein Date gehen und dann gemeinsam in Urlaub fahren und für mindestens einige Monate absolut verliebt ineinander sind. Wenn nicht sogar miteinander heiraten, was wir jetzt auch schon oft gehabt haben. Oder Kinder bekommen, was wir jetzt auch schon oft gehabt haben. Und dieser Perfektionismus, gerade gestern auch wieder mit einem von unseren Männern im Coaching gesprochen, bei dem es um Tiefe Verbindungen ging, bei dem es um diese tiefen Gespräche und diese Connection innerhalb von ein paar Sekunden ging. Weil ich habe gesagt, hast du deine Challenge gemacht? Und er so, ich habe es dreimal gemacht in der letzten Woche. Und ich so, in der letzten Woche? Dreimal? Warum? Er hat gesagt, ja, ja. Und dann haben wir es herausgefunden, da war wieder dieser verdammte Perfektionismus. Das war der Grund. Es war die Erwartungshaltung, es muss ja von Anfang an gut laufen. Und deswegen, aha, das, 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 das war einfach mit sehr viel Stress verbunden. Ich so, hör mal, es geht wie immer, wie immer geht es um den ersten Schritt. Wir essen den Elefanten Bissen für Bissen. Nicht komplett den gesamten Elefanten auf einmal, kriegt keiner runter, kriegt keiner runtergeschluckt. Bissen für Bissen, Step by Step. Ja, Die meisten sind deswegen so frustriert, weil sie ein, weil sie, weil sie stehen vor einem, vor einem 10 Meter Becken und aus dem Stand heraus versuchen sie einen Sprung zu wagen und landen im Becken und sind patschen nass. Und dann kommen sie raus, es klappt, es klappt nie. Ah ja, es klappt nicht, weil du keine Ahnung hast, wie man seine Muskeln trainiert, wie man Anlauf nimmt und wie man dann auch richtig landet auf der anderen Seite. Oder vielleicht, weil du keinen Leitfaden hast und du könntest das Ganze mit einem Stab machen, einen ganzen Stabhochsprung über das Becken machen. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie du auf die andere Seite kommst. Das erfordert aber Disziplin, ein bisschen Geduld, einen Leitfaden, Selbstvertrauen entwickelt sich durch diese ganzen Referenzerfahrungen, die Stück für Stück, Step by Step, wenn du dich wohler fühlst. Wenn du nur einen Tag lang ins Fitnessstudio gehst oder nur einen Tag lang Rad fahren gehst, Rad fährst, nicht Rad fahren gehst, Rad fährst, dann wirst du kaum Fortschritte machen. Du wirst am Tag danach wirst du dasselbe wieder tun und wirst denken, ich habe überhaupt keinen Fortschritt gemacht. Was soll das? Und dann hörst du auf, weil du frustriert bist. Aber machst du das einige Monate am Stück, dann siehst du die Fortschritte. Das ist genauso, wie wenn du eine Blume in deinem Garten anschaust. Du kannst sie exakt fotografieren. Heute, morgen, übermorgen. Die wird aussehen, als ob sie sich keinen Millimeter bewegt hat. Machst du das Ganze aber über ein paar Wochen oder Monate? Dann wird die gewachsen sein oder wird schon geblüht haben oder wird mittlerweile schon absterben. Entwicklung passiert nicht von jetzt auf gleich. Und die meisten Leute verwechseln diese Zeitskala. Sie denken, naja, ich brauche sofortige Ergebnisse, ich muss wissen, dass es sofort klappt. Das ist auch der Grund, warum leider, leider Online-Dating so einen Einzug gehalten hat. Nicht, dass das ein Problem wäre, Online-Dating grundsätzlich. Ich sage immer dazu, das ist ein Dating-Ergänzungsmittel. Du kannst es durchaus für dich nutzen. Aber wenn du dich nur darauf verlässt, genauso wie wenn du dich nur auf deine Nahrungsergänzungsmittel verlässt, du sagst, naja, ich esse doch die ganze Zeit Vitaminpräparate, warum bin ich nicht gesund? Weil du sonst nichts isst, gar keine Mahlzeiten zu dir nimmst, dann ist das extrem ungesund. Genauso ist es auch mit Online-Dating. Du kannst dich nicht nur darauf verlassen. Es ist ein Ergänzungsmittel. Die ganzen Basics, die ganzen Grundnahrungsmittel von souveränen, selbstbewussten Umgang, die lernst du in der echten Welt. Nur in der echten Welt. Und wenn du dann online swipest, links, rechts, links, rechts und die ganzen Endorphine werden ausgeschüttet und oh wow, match. Und dann klappt es aber wieder nichts. Oh, Verlust. Das macht dich total kirre. Dann projizierst du all deine Hoffnungen und all die Misere auf dieses Gerät und auf das Internet und dann mit der Zeit auf Frauen grundsätzlich. Und auf dich selber. Und auf dich selber. Oh ja, ich bin ja hässlich. Kein Wunder. Ja. Dabei, also das ist auch das Ding so. Die, die, vor einiger Zeit gab es diese Nachricht oder diesen Artikel, der so viral gegangen ist, dass Online-Dating für 98% der Männer völlig unfair ist und so weiter. Nur die Top 2% der Männer kriegen 80% der Frauen oder was immer. So ein Käse. Das spielt viel weiter in genau dieses Denken herein von, öh, die bösen, blöden Frauen und ich, armer, kleiner, armer, kleiner, hässlicher Junge. Weil du das von dir selber glaubst und deine Realität bestätigen haben möchtest. Du bist nicht hässlich. Du hast einfach nur nicht gelernt, wie du dich selber besser präsentierst. Das ist ein Kreislauf. Wenn du bessere Fotos von dir machst. Ja, genau. Ja, absolut. Wenn du bessere Fotos von dir machst, dann wirst du auch bessere Ergebnisse haben. Plus, und das ist erstmal nur auf der oberflächlichen Ebene, das ist einfach nur Symptombehandlung, bessere Fotos von dir machen. Was du aber von dir lernst, was du lernst beim besseren Fotos machen, ist, dass du im Mittelpunkt bist. Plötzlich ist die Kamera auf dich gerichtet. Du bekommst automatisch mehr Selbstbewusstsein, vor allem, weil du auch dann die guten Fotos am Ende siehst. Aber du lernst, im Mittelpunkt zu stehen, im Blitzlicht zu sein, in Anführungszeichen. Und auch nicht beim ersten Mal, auch da, wenn du es immer und immer und immer wieder gemacht hast. Absolut. Absolut. Das entwickelt sich. Aber das ist so das Nebenprodukt, in Anführungszeichen, was das eigentliche Produkt ist. Die Reise. Auf dem Ganzen. Und wie bekommst du solche guten Fotos? Ich weiß das auch noch, Dominik, vor ein paar Jahren, da hast du mich ständig gefragt, kannst du mal ein paar Fotos von mir machen? Hier da Fotos, Fotos, Fotos. Du hast mehrere Freundinnen gehabt, die Fotos von dir gemacht haben. Also, gute Fotos bekommst du nicht, okay, heute buche ich mir ein Fotoshooting bei einem Experten. Das wird was. Oder noch schlimmer, ich frage jetzt endlich mal einen Kumpel, dass er Fotos von mir macht und dann macht er ein Set an Fotos. Nein. Es ist der Kreislauf, der sich entwickelt mit der Zeit, wenn du souveräner mit Menschen lernst zu sein, lernst du Fotografen kennen, du lernst Frauen kennen, Männer kennen, mit einem Sinn für Ästhetik. Die zeigen dir kleine Tricks, die machen Fotos von dir. Du wirst, du wirst selber positiver, selbstbewusster, freudiger, leichtherziger in deinem Leben. Dir gefällt dein Leben mehr. Du verbringst deine Zeit mehr mit Menschen, die dich glücklich machen. Männer wie Frauen. Ja, sei kein, sei keiner von diesen Leuten, die nach fünf Jahren Frauen ansprechen lernen, immer noch auf die Straße. Ich habe immer noch keine Freundin. Was mache ich jetzt? Ich gehe wieder auf die Straße, muss Frauen ansprechen. Also was ist das? Bist du ein Pfennigsammler? Musst du jedes Mal, wenn du irgendwie Geld brauchst, ich muss auf die Straße gucken, ob ich irgendwelche Pfennige auf der Straße finde. Nein. Wir lernen, wie wir mit Geld umgehen. Wir überholen uns im Job. Wir lernen, wie wir investieren, anlegen und so weiter und so fort. Wir suchen noch nicht jedes Mal, wenn wir was essen wollen, auf der Straße, nach Hessen, auf dem Boden. Genauso sollte es auch nicht sein, dass wenn du, wenn du eine Frau kennenlernen willst, dass du wieder dann auf die Straße gehst und dann, ich muss jemanden jetzt schnell ansprechen, dann machst du es falsch. Wenn du das denkst, seit Jahren vielleicht schon. Ich spreche da immer wieder mit Leuten in der Charisma-Analyse, die genauso denken seit Jahren, weil sie früher Pick-up gemacht haben. Oder mit irgendeinem Coach im Internet, der gesagt hat, ja, ja, Frauen ansprechen, that's the way to go. Und nur der Einzige wiegt. Nein. Es ist doch ganz normal und es sollte normal sein, dass du, ich war jetzt gerade vor kurzem auf einer Hochzeit, ich habe das ja in der letzten Folge gesagt, von einer Freundin von mir. das ist, was normal sein sollte. Ja, dass du Frauen wie Männer um dich herum hast, die dich gerne in deinen Ehe haben. Und das baut sich mit der Zeit auf, wenn du leichtherzig, souverän und positiv dein Leben gestaltest. Und dann wirst du das auch in deinem Gesicht sehen. Leute werden dein Lächeln mehr sehen, werden dein Strahlen mehr sehen. Da du mehr Freude verspürst, wirst du vielleicht auch mehr Geschichten von dir erzählen und kommst vielleicht mehr aus deinem Kokon raus. Und die Schüchternheit wird dann nicht mehr eine Ausrede sein, sondern sie wird einfach lediglich ein Teil deiner Persönlichkeit sein, der manchmal zu sehen ist, aber andere Male blühst du auf. Und dann sind diese Menschen mit dem Auge für Ästhetik ebenfalls um dich herum und schießen sowieso Fotos von dir. Ganz nebenbei. Und dann hast du ganz organisch, authentisch, ganz natürlich, ganz viele Fotos von dir und die kannst du dann online verwenden. Ja, aber wie gesagt, wenn du denkst, ich schieße jetzt einmal Fotos von mir und dann wird das schon klappen, da stimmt vorne und hinten alles nicht. Alles nicht. Dann chattest du mit ihr. Oh Gott, was sage ich jetzt? Und die Problematik fängt wieder von null an. Also verwechsel nicht den Zeitrahmen. Es geht hier nicht darum, wie du von heute auf morgen der Mann wirst, der du immer sein wolltest. Es geht darum, von heute auf morgen die Entscheidung zu treffen. Die kannst du innerhalb von einer Sekunde treffen, dieser Mann zu werden. Und dann vertrau auf den Prozess, vertrau auf die Reise. Geh den Weg. Geh ihn. Schritt für Schritt. Wer nicht frustriert an jedem Punkt, wenn die Ablehnung kommt, dann ist das lediglich ein weiterer Punkt, an dem du lernen kannst, besser werden kannst, vor allem besser werden kannst. Nicht das Negative mit daraus lernen und sagen, ah, okay, gut, jetzt habe ich daraus gelernt, dass ich das nicht mehr machen sollte und deswegen verschließe ich mich wieder in meinen Kokon. Nee, dann hast du die falschen Lektionen daraus gezogen. Deswegen ist es halt auch so gut, dass du dich mit Gleichgesinnten, die ebenfalls positiv denken, optimistisch sind, austauschst, um die richtigen Lektionen daraus zu ziehen. Coaches hast, um die richtigen Lektionen daraus zu ziehen, die dir sagen, da lang geht es, damit du das Richtige als nächsten Schritte auserkorst. und so lernst du dann einfach viel, viel schneller als die Männer, die denken, ich muss alles alleine lernen. So, ja. Das ist eigentlich ein guter Punkt, den du gerade ansprichst mit, dass du es machst, dass du auf dem Weg bist, dass du diese Erfahrungen sammelst, ist wichtiger als was der Inhalt ist. Das ist ja auch ein weiterer Punkt, den wir auf der Liste haben, zu wie kannst du die Angst vor Ablehnung überwinden, besiegen, zu deinem Freund machen. Wenn wir uns die ganze Zeit darauf konzentrieren, was alles, was alles gerade negativ ist, diese Person hat das und das zu mir gesagt, dann schauen wir immer auf den Inhalt. Und wenn wir auf den Inhalt fokussiert sind, dann sind wir, haben wir Scheuklappen auf, dann konzentrieren wir uns gerade nur darauf. Wir sehen nicht die Umstände, die uns überhaupt dazu gebracht haben. Wenn, wenn, wenn du zu einer Frau gehst und diese Frau gibt dir einen Korb von mir aus, also eine deiner größten Ängste wahrscheinlich, gibt dir einen Korb und sagt, hau ab, du bist hässlich. Und dann nimmst du das für dich mit und denkst dir, oh ja, stimmt, sie hat recht. Dann ist das Inhalt, was du nicht siehst gerade, worauf du dich aber konzentrieren darfst, dass du überhaupt rausgegangen bist und dass du dich überwunden hast, sie anzusprechen. Kontext for Content, das funktioniert im Englischen besser, Kontext for Content als jetzt Kontext for Inhalt, das ist nicht so, nicht so catchy. Aber darum geht es, dass du die Dinge gemacht hast. Das ist 80% des Erfolges. Pareto, mehr brauchst du nicht. Wenn 20% auch noch stimmen, wenn der Inhalt auch noch etwas ist, was du Positives für dich mitnehmen kannst, cool. Aber das ist auch dann wieder eine Art und Weise, wie wir auf die Sachen schauen. Entweder wir haben Erfolg oder wir lernen. Das ist halt auch eine Art und Weise, auf das Leben zu schauen. Entweder ich spreche die Frau gerade an, entweder ich habe Erfolg dabei und ich bekomme ihre Nummer oder ich habe eine witzige Geschichte zu erzählen. Und du kannst halt nur gewinnen dabei. Das ist halt die Art und Weise, wie du auf das Leben schaust. Aber Kontext for Content, das ist auch eine Sache, bevor wir den Podcast hier aufgenommen haben, wir haben Airpods in den Ohren und als wir gerade starten wollten, da sind meine Airpods immer hin und her gesprungen und ich habe dann zu dir gesagt, zu Andi, ich bin gerade kurz davor, mich darüber aufzuregen, dass es die ganze Zeit hin und her springt. Aber ich entscheide mich dafür, lieber mich darüber zu freuen, was für eine Welt wir leben, dass wir überhaupt sowas haben. Dass wir überhaupt gerade Bluetooth-Headsets haben und so aufnehmen können und so arbeiten können und dass es alles so im Prinzip nahtlos funktioniert und es wird immer besser und die Welt wird immer geiler. So, das ist der Kontext. Wenn ich mich darauf konzentriert hätte, dass dieser eine Moment gerade nicht so gut war, ein wenig ruppelig war, dann könnte das meinen ganzen Tag ruinieren. Aber ich entscheide mich lieber darauf zu schauen, dass das überhaupt funktioniert, dass es das gibt, das ist ja der Hammer. Genau. Das ist amazing. Genau. Und das selber hat Christoph gemacht. Genau der, den du gerade wieder erwähnt hast, der am Anfang, den ich am Anfang im Intro erwähnt habe, der gesagt hat, wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, du bist hässlich. Es ist nur eine Woche vergangen. Nur eine Woche. Und jetzt hat er etwas erlebt, das er noch nie in seinem ganzen Leben erlebt hätte. Geschweige denn überhaupt geträumt hätte, das zu erleben. Und zwar wurde er von einer Frau eingeladen, hat einen Drink ausgegeben bekommen und sie hat sich von ihm und sie hat sich von ihm die Nummer geholt. Im Zug kennengelernt. Hey. Was ist davor passiert? Am selben Tag noch. Nicht mal eine Stunde davor. Er hat ebenfalls mit anderen gesprochen. Er hat sich nicht runterziehen lassen durch diese Beleidigung, die er eine Woche davor gehört hat. Nein. Er hat das Feedback umgesetzt, was sie ihm gegeben haben und er hat während dieser Zugfahrt schon mit mehreren Formen geredet, geflirtet, Quatsch gemacht, gelacht, ist in die Tiefe gegangen, hat ihre Persönlichkeiten kennengelernt. Wahrscheinlich mehr, als sie es mit Fremden jemals getan haben. Und dann wurde er angesprochen. Und dann wurde er eingeladen. Und dann sind die gemeinsam was trinken gegangen. Soweit ich weiß, war das aber nicht alkoholisch. Was hat er gesagt? Cranberry, Cranberry-Schorle oder sowas. Und dann hat sie ihm die Nummer abgeknöpft. Und er ist der neue Christoph, der jetzt sich daran gewöhnen darf, dass solche Dinge einfach passieren. Die dürfen passieren. Aber das kommt nicht von heute auf morgen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Derselbe Mann, derselbe Christoph, von dem ich rede. Wir haben ja bei uns die Flirtspezialisten, das ist ja das Angebot, was jeder machen kann. Jeder. 47 Euro im Monat, da kann keiner sagen, wie soll das gehen? Das kann sich wirklich jeder leisten. Und das hat er genutzt. Er hatte auch sehr viele Erfolge gemacht in den ersten Monaten. Er hat das aber auch neun Monate lang gemacht und kam an einem Punkt einfach nicht weiter. Und hat gemerkt, ich brauche einen Schritt intensivere Betreuung. Ich möchte das genauso machen, wie die Männer in der Flirtmasterclass beim Andy und beim Dominik und beim Makako und beim Kevin. Ich möchte das von der Pike auf richtig machen. nicht nur flirten, souverän sein, Selbstbewusstsein, sondern tatsächlich auch mit einer fremden Frau von Null auf ein Gespräch beginnen können, mit ihr auf ein Date gehen, sie zu meiner Freundin machen und natürlich auch mit ihr schlafen können. Dazu hat er sich entschieden und innerhalb der nächsten, ich glaube, der ist jetzt seit sieben Wochen oder acht Wochen in diesem Programm, wo wir so eine intensive Betreuung haben, wo du uns quasi deine Coaches in der Hosentasche hast, wo du jederzeit irgendein Feedback bekommst, wo du zu all deinen Situationen Feedback bekommst, sei es Chats, Analysen, sei es, du gehst aus und du möchtest direkt, hey, ich bin gerade auf dem Klo, was soll ich jetzt machen? Sie sitzt da doch draußen. Egal, du kannst jederzeit mit uns in Kontakt treten und es gibt einfach diesen Leitfaden, in dem du dich halten kannst und in dem du dich auch halten wirst und das über mehrere Wochen hinweg, da hat er jetzt diesen Erfolg und das ist nicht einfach nur unserem Programm zuzuschreiben, dass wir so tolle Coaches sind, das ist seiner Entscheidung zuzuschreiben, weil er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, mir selber einzulabern, dass ich das nicht kann, dass ich da noch nicht gut genug für bin, dass ich das irgendwie hinkriegen muss alleine, dass ich nicht genug Geld habe und 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 die ganzen anderen Ausreden. Als er zu uns kam, hat er auch am Anfang gesagt, ich habe nicht die Finanzen dazu und nach einer Weile hat er dann doch entschieden, okay, irgendwie habe ich doch die Finanzen dazu und ich habe mich dazu entschieden und jetzt macht er das und jetzt wird er von vorn eingeladen und wird von vorn nach der Nummer gefragt. Also wie verrückt ist das denn? Und es ist nicht die einzige Erfolgsgeschichte diese Woche. Der Kevin, von dem ich vorhin erzählt habe, der jedenfalls diese Erfolgstagebücher seit anderthalb Jahren schreibt, der ist weggegangen, ging auf ein Fest in seinem Dorf und hat dann mir nichts, dir nichts einfach mal ein paar Gespräche begonnen mit Frauen, die er schon die ganze Zeit so toll fand und dann haben zwei mit ihnen umgeknutscht. Einfach mal so. Er ist alleine weggegangen. Also wann passiert sowas denn? Ist das normal? Eigentlich ist das normal. Aber wahrscheinlich noch nicht für dich. Werd der Rockstar in deinem eigenen Leben? Ebenfalls etwas, was einer von unseren Jungs, der in der Flirtmasterclass Live mit dabei war, erlebt hat und erzählt hat, dass er jetzt mittlerweile der Rockstar in seinem eigenen Leben ist. Über den haben wir ja auch schon gesprochen. Da gibt es so viele Beispiele, aber die Gewohnheiten machen den Mann. Und wenn du dein Hirn überlisten willst, keine Angst vor Ablehnung mehr zu haben, dann musst du die richtigen Gewohnheiten etablieren, die richtigen Dinge festhalten für dich als den Wert, auf den du den Fokus richtest in deinen Erfahrungen. Und wir machen das sowieso schon jeden Tag. Wir legen die Information beiseite, die wir als nicht relevant erachten und fokussieren uns auf die Informationen, die wir für höchst relevant erachten. Wo kommst du ins Spiel? Bei der Entscheidung, was ist was? Ist das negativ relevanter oder ist das positiv relevanter? Ist das, was mich weiter vorwärts bringt relevanter oder das, was mich zurückhält relevanter? ist die Möglichkeit, hier könnte, nicht mal 100%, aber hier könnte eine Chance sein, dass ich glücklich, erfolgreich, geliebter, zufriedener werde? Oder gibt es hier die Möglichkeit, dass ich das nicht schaffe? Und meist entscheiden dann, okay, die Chancen sind so gering, ich probiere es gar nicht erst. Ich mache kein Coaching, ich komme nicht in die Charisma-Analyse, ich spreche sie nicht an, ich werde das Ganze nicht auf die sexuelle Ebene bringen mit dem einen Date, ich mache einfach nichts und halte an der Angst fest. Die Männer, die die Chancen nutzen, die sich auf diese Möglichkeit konzentrieren, egal wie klein die Möglichkeit und die Chance ist, ich werde besser werden, ich werde es hinkriegen. Krieg es auch hin, mal früher, mal später, krieg es hin. Wenn du es auch hinkriegen willst, komm zu uns, www.flirtanalyse.de, hol dir deine persönliche kostenlose Charisma-Analyse und Flirt-Typ-Analyse. Wir schauen uns ganz genau an, was für ein Flirt-Typ du bist, wo die versteckten Eigenschaften in dir stecken, die schon jetzt erfolgversprechend sind und mit denen du schon längst auch bei Frauen souverän und sympathisch und attraktiv vor allem auch ankommst, aber die wahrscheinlich so nicht bewusst bist. und wir geben dir dein Potenzial mit auf den Weg, wie du in den nächsten Wochen tatsächlich dann auch dein Ziel mit Frauen erreichen kannst. Und dabei wollen wir natürlich auch wissen, dass du der Mann bist, den wir gerne auch Frauen loslassen und nicht jemand bist, der dieses neu gewonnene Wissen nur für seinen eigenen Vorteilen ausnutzt. da sortieren wir sehr streng aus. Ja, also Männer, komm zu uns. Nicht hierher, weil hier bin ich gerade in meinem Elternhaus, wie du siehst, sieht ein bisschen anders aus. In den nächsten Wochen, nächste Woche werde ich wieder hier sein, beziehungsweise nächste Woche bin ich in Berlin bei einer alten Freundin, die ich ebenfalls vor zehn Jahren kennengelernt habe. Das ist, wovon ich spreche, Jungs. Es sollte normal sein, dass du Frauen in deinem Leben hast und wenn du kein Energiewampir bist, der von anderen nur will, 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 dann wollen, das heißt, wenn du lieber Energie gibst, du schenkst, 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 dann wollen Leute auch in deiner Nähe sein und dann wirst du angeschrieben von alten Freundinnen von vor zehn Jahren, die sagen, hey, ich bin Single, komm vorbei. Ja, das ist normal, das darf normal sein. Ich möchte auch, dass das für dich normal ist. Ich möchte, dass du dein Leben genießen kannst. Dominik, haben wir noch einen wichtigen Punkt für heute. Abseits von der FMC Live, die wir auch noch erwähnen können, ist der Punkt hauptsächlich, du darfst mir an dich glauben. Diejenigen, die schlecht über dich reden, die dich angreifen wollen, die dich ablehnen in irgendeiner Weise sagen, wie vorhin schon gesagt, viel mehr über sich selber aus. Wenn du mit dem Finger auf jemand anderen zeigst, zeigen drei Finger immer auf dich oder auf den, der der gerade zeigt. Die Nachricht, die wir an jemand anderen senden, sagt mehr über den Sender als den Empfänger aus. Glückliche Menschen gehen nicht herum und beleidigen andere Menschen. Glückliche Menschen gehen nicht herum und ignorieren andere Menschen, die sie gerade ansprechen. und das ist etwas, damit will ich dich nicht einladen, dann zu sagen, oh, guck mal, das ist ein schlechter Mensch, weil der ignoriert mich gerade oder der beleidigt mich gerade. Das ist nicht die Message, das ist nicht mehr von die gegen mich, das ist eine Message von jeder hat sein eigenes Paket zu schleppen und manche haben gelernt, damit mehr umzugehen, manche sind ein bisschen weiter auf ihrer Reise, manche halt noch nicht und das ist okay. Wir sind alle, alles Kinder, immer noch, egal wie alt du bist, ob du 65 bist oder 15, wir sind alles Kinder, wir sind einfach nur eines Tages aufgewacht und waren plötzlich offiziell erwachsen. Das ist so wahr. Wir versuchen alle herauszufinden, wir versuchen alle herauszufinden, wie dieses Ding namens Leben funktioniert, dieses Ding namens Gesellschaft funktioniert und jeder hat seine eigenen Erfahrungen in Anführungszeichen gemacht und hat daraus seine eigenen Rückschlüsse gezogen. Wenn du merkst oder wenn dir das in erster Linie das erste Mal auffällt, dass jeder sein eigenes Paket zu steppen hat, zu tragen hat, dann wirst du anfangen. Das ist der Moment, wo du Freiheit spürst, wo du nicht mehr Dinge persönlich nimmst. Es ist nicht so, dass du nie wieder Dinge persönlich nimmst. Wenn wir Sachen hören, die persönlich sind, dann ist auch die erste, die erste, bei mir persönlich ist es so, denn die erste, das erste Wort, oh das tut weh, aber dann habe ich immer noch den Raum der Entscheidung zu sagen, ach guck mal, der meint mich ja gar nicht. Ich muss das ja gar nicht annehmen. Ich bin ja gar nicht Bayer und dieser jemand ist ein Bayer Wasser. Bin ich nicht. Und das ist der Raum der Entscheidung. Du hast, du bist Mensch, es ist okay, dass sich das trifft, aber weil du Mensch bist, hast du auch immer noch den Raum der Entscheidung und kannst sagen, guck mal, das bin ich gar nicht. Interessant. Das sagt ja mehr über dich aus. Und für alle bayerischen Zuschauer und Zuhörer, ihr habt den Hass verdient. Nein, natürlich nicht. Aber hey, Kontext for Content. Du wusstest, dass ich einen Scherz mache. Kontext for Content. Also meine Lieben, ihr wünscht euch eine wunderschöne Woche. Fahrt vorsichtig. Erster Link. In der Beschreibung. Korrekt. Komm dazu. Es gibt noch, weiß ich gar nicht, zwei Plätze oder so. Nicht mehr viele Tickets. Wir nehmen diese Folge ja. Es sind jetzt gerade, sind es anderthalb Wochen vor dem Event. Das heißt, wenn diese Folge online kommt, dann wird das nur noch drei Tage vor dem Event sein. Das heißt, an diesem kommenden Wochenende, wenn du das jetzt hörst, findet das Event in Frankfurt statt. Und wenn du dein Ticket haben möchtest und du willst dabei sein, wirklich ein Schnapper, dann klick auf den ersten Link in der Beschreibung. Ja. Also meine Lieben, fahrt vorsichtig. Wir haben euch lieb. Fahrt vorsichtig. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020